Wir unterstützen unsere Kunden aus der Modeindustrie und dem Handel seit über 20 Jahren mit innovativen Lösungen. Unser Ziel ist es, dem Kunden ein Werkzeug an die Hand zu geben, das ihn perfekt in der Produktentwicklung unterstützt. Begonnen bei der Kollektionsentwicklung bis hin zu finalen Visualisierung der Kollektion auf der Fläche. Unsere Idee ist es, unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, das Merchandising, den Online-Verkauf und den gesamten Prozess mit innovativen Tools zu vereinfachen. Denn gerade in der Modebranche ist eine gelungene Produktpräsentation sehr wichtig. Eine schnelle und einfache Produktfotografie bildet einen wesentlichen Faktor in der heutigen Kollektionsentwicklung. Das Lumina Pad ist die Antwort auf die anspruchsvolle Herausforderung der Produktfotografie. Die Möglichkeiten reichen dabei von der vertikalen und horizontalen Fotografie, über 360-Grad-Aufnahmen bis hin zu Ghost-Fotografie. Die Automatisierung erlaubt zum Beispiel die sofortige Freistellung selbst bei komplexen Materialien wie Pelz oder Spitze und vermeidet lange Bildbearbeitung. Gleichgültig, ob Aufnahmen für Print, Web, mit oder ohne Zoom benötigt werden, die Produktfotos sind in wenigen Minuten einsatzbereit. Professionelle Visualisierung ist für uns ein Muss geworden, denn in der Bekleidungsindustrie steht und fällt der Erfolg einer Kollektion nicht selten mit der perfekten Präsentation der Kollektion auf der Fläche. Überall, wo professionelle Produktbilder benötigt werden. Angefangen bei der Kollektionsentwicklung bis hin zum Webshop. Koppermann Produkte und das Lumina Pad liefern dafür die optimale Lösung.